Hey alle zusammen, willkommen bei Sea of Seas. Willkommen zurück übrigens. Und ja, wir sind hier auf der Insel angekommen und wollen die jetzt ein bisschen durchsuchen. Und dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier überhaupt alles finden. Ich würde sagen, wir fangen oben an. Achso, ja, Marcel ist auch mit dabei. Hallo Marcel. Ja, hi, danke. Gangschäden. Ja, 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 ja. Ich habe mal wieder nur das Loot im Kopf hier. So, erstmal alles anschauen hier. Schick. So, sehr heimisch hier unten. Ja, auf jeden Fall haben wir gerade Sonnenaufgang. Extra einen kleinen Moment gewartet, bis wir Sonnenaufgang haben. Oh, ist das schön. Schön ist das. Ja. Unpasst. Das ist nicht schön, nein. Aber da. Da. Richtig klasse. Schatz entdeckt. Lockbuch aktualisiert. Wie, Schatz entdeckt? Wo? Irgendwo hier bestimmt. Ich habe da was für dich. Happy birthday to you. Oh. Du Idiot. Kann ich doch nicht ahnen. Okay. Du, das warst da auch mal nicht drauf. Wir haben schon die ersten RPEs gelernt. Kommt, da haben wir das auch mal. Nice. Nice. Ein like dafür. Gut, denn er hat eine Seele in den Fährmann anbieten. Momentan geht es noch nicht. Ich habe noch ein Ladebild. Ach, du hast es schon gemacht. Ja. Jetzt. Ja, hallo. Fähre der verdammten. Ja. So schnell muss man das erstmal hinkriegen. Also. Ja, was denn? Wer kann ahnen, dass du nicht auf ein Fass draufhauen darfst, ey. Sprengstoff hin oder her. So. Mann, Mann, Mann. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass es so, naja, dass wir darauf rumhacken, also dass ich darauf rumhacke oder ähnliches. Oder nicht so. Mhm. Mhm. Ja. Habe ich gedacht. Ja. Nein, da. Was denn? Immer dasselbe mit dir. Immer dasselbe. Ach ja. Immer diese Komparsen, die nur Blödsinn im Kopf haben. Oh, oh, oh. Ist klar. Ich gebe Ihnen so ein Geburtstagsgeschenk. Was macht er? Er haut da erstmal drauf. Na klar, ich wollte es nicht. Und tun es gleich mit. Ja. Ein Fässer. Was? Ein Fässer. Möchte schon wieder explodieren? Nee, das sind andere Fässer. Ich erinnere mich an vorhin. Da wolltest du auf das Faschießen, während ich es in der Hand hatte. Zum Glück hast du nicht getroffen. Das war auch dann. Das gehört jetzt nicht hier rein. Doch, doch, doch. Perverser Mörder. Elendiger perverser Mörder. Echt. So. Hallo? Ist hier jemand? Boah, das ist so mies nach Arena-Kampf aus. Was? Übrigens fällt mir gerade ein. Genau. Wir haben natürlich auch noch eine Wummel. Ein Schwert. Jetzt haben wir noch. Eine Banane. Hm. Das ist die beste Waffe für dich. Kannst du jetzt einen anderen nicht weh tun? Nee, du, du, du. Du musst ja auf alles schießen. Er ist ja unfassbar. Hm, jo. Mal gucken, was wir hier so alles haben. Ne, Kanone benutzen. Dafür müsste ich die laden. Ich habe jetzt nichts dabei. Guck mal nach dem Fass. Hm, ja. Da haben wir eine Kanonenkugel. Guck mich schon mal ein bisschen um, ob ich hier den Schatz finde. Ja, das muss er einen geben. Der hat da schon angesagt, die gibt es ein. So. Geladen haben wir schon mal. Das brauchen wir nur noch benutzen. Mal gucken. Ich will aber nicht entlang nicht beschießen. Hier ist man mal in den Himmel. Ja. Oh. Eichigelle. Oh, ja. Platsch. Ja. Sehr gut. Hm, war noch eine Laden? Ja. Das ist lustig. Versuch mal, bis hinten zur Insel zu kommen. Gucken. Ah, das würde nicht reichen. Oder? Nee, ach. Ja, wie ich schieße. Das kommt irgendwie gleichmäßig dort an. Moment. So. New prison, äh, vordertyp. Ja. Definitiv. So muss er sein. Was schleppst du eigentlich schon in die Kisten weg? Äh, ich hab nur dieses Sprengen-Fass. Ich will hier ganz nach oben, aber da komme ich nicht ganz hoch. Ja. Wo ich mir jetzt was, wo ich mich draufstellen kann. Okay. Hm. Zehn Stück können wir mitnehmen. Zumindest etwas, ja. Ich will aber nicht die Kanonenkugel in der Hand haben. So, bitte. Ich kann da durchlaufen. Toll. Wie bitte? Ich kann da durchlaufen. Wo? Durch das Fass. Schlag nochmal drauf. Mal gucken, ob das geht. Das denn hier? Oh. Oh, Marcel. Das ist von dir. Was? Das hier. Ich glaube, du bist da ausgebrochen. Das wird sein. Ich spreche dich gleich ein. Oh, ne Kiste. F benutzen. Wollen wir nochmal gucken. Wieso kann ich die nicht benutzen? Ich glaube, ich habe genügend Munition dabei. Das wird es wahrscheinlich sein. Und da habe ich ne Leiter dabei? Äh. Oh. Okay. Marcel, du hättest vorher was essen sollen. Wieso? Ja, du hängst da voll rum. Ich glaube, ich weiß, was ich mir die roten Faske mache. Definitiv nicht. Hei, Marcel. Bewegt dich mal. Ui. Ich sehe jetzt aber auch keine Kiste hier. Also, da geht es hier noch höher. Ja, hier gibt es noch höher. Achso. Achso, da meinst du wahrscheinlich, dass du nicht hochgekommen bist. Oh, gut. Okay. Kann man jetzt durchgehen lassen. Ist ja jetzt nicht so dramatisch. Nö, 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 nö. Ne, klettern ist aber auch nicht drin. Schade. Kann man das irgendwie benutzen oder so? Würde ich sagen, nee. So, was haben wir denn hier? Im Fass haben wir nix, was wir brauchen. Oder benutzen können oder wie auch immer. Das ist mir nicht ganz klar, wie das funktioniert. Weil irgendwie haben wir immer nur drei Teile in der Tasche. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Den Platz hätten wir ja eigentlich mehr. Und du weißt ja, Marcel, ne? Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. Wie immer. Ich bin Pirat. Wo bist du gerade? Ja, unten meiner Festung. Ganz unten? Ja. Okay. Dann zünden wir das Ding hier mal. Au! Ich hab jetzt trotzdem Schaden gekriegt. Verdammt. Brenn! Was, du brennst? Ich wusste es doch, du brennst. Oh ja. Hihi. Schick, schick, schick. So, okay. Also oben war glaubt nichts weiter. Hier bin ich hergekommen. Ah, hier war doch auch was. Genau, das probiere ich mal aus. So. Da wird mal ein bisschen gefanatiert. Okay, zielen. So, wie wir sehen, zwei Schuss habe ich noch. Mal gucken. Ja! Deswegen konnte ich da nichts nehmen. Alles klar. Auf der Ebene ist jetzt hier so nichts, so viel, würde ich sagen. Dann ist hier auch nichts. Ja. Natürlich würde ich sagen, das ist vielleicht unten irgendwo was. Bei der Insel. Wie bitte? Wir müssen unten an der Insel liegen, wo wir was sein hier. Ja. Also hier habe ich jetzt nichts gesehen, was irgendwie interessant wäre. Ganz ehrlich. Du hast ja jetzt gelesen, hier ist ein Schatz oder nicht. Ich meine, ja, da war doch was. Jo. Bin mir beinahe sicher. Hier ist noch ein Fass. Also ich denke mal, das wird wohl gleich bleiben. Also ich würde sagen, hier gibt es keinen Schatz. Ich würde sagen, ich mache das hier mit dem... Schatzintekt, Logbuch aktualisiert. Was? Schatzintekt. Jo. Logbuch aktualisiert. Nur wer hat es entdeckt? Nee, 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 nee. Erst mal das Logbuch füllen. Da, wir hatten noch hoch. So. Und weg hier. Auf, 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 auf. Ja. Und keinen Schaden genommen. Juhu. Krass gemacht. Krass gemacht. Ich bin ja immer wieder am Staunen bei manchen Spielen, wie toll die gemacht sind. Okay, da war auch nichts. Wo so diverse Sachen eben halt nicht so interessant sind oder nicht so wichtig sind. Was haben wir hier drin? Äh, falsch. Aber auch so, dass sie jetzt allgemein in der Welt meinen. Wegen dieser Season und so. Wäre möglich, ja. Vielleicht hat jemand einen Schatz gefunden und es wird uns trotzdem angezeigt. Möglich. Jo. Weil ich sehe hier nichts. Und ich habe eine Nase für sowas. Mhm. Der Lutfinger. Der Lutfinger. Ob so ich rutsche hier nicht runter. Obwohl, könnte gehen. Hier gibt es nicht so viel zu sehen, ehrlich gesagt. Oder sogar zu finden. Wollen wir da auch diese kleine Insel nochmal und dann zurück zur Taverne? Ich würde sagen, ja. Definitiv. Halt. Ich warte da runter. Auch wenn es hier schön ist. Schön. Schön ist es hier. Oh ja. So schön. Bin ich enttäuscht. Nein. Ich möchte hier gar nicht mehr weg. Oh, hast du noch was entdeckt? Nichts dort hier. Außer Spesen nichts gewesen. Mal gucken, was wir hier drin haben. Auch nicht wirklich was. Oh, halt. Obwohl... Kettenschuss. Kleine verkettete Kanonenkugeln, die sich um Masten, Steuerräder und Spillen... Spille? Was ist noch? Spille gleich. Wackeln und... Wickeln und zerstören. Wackeln, na ja, ist klar. Ja, damit kannst du wunderbar die Masten zerstören. Na ja, klar, klar, klar. Kennt man ja aus der Firma. Ja, so insgesamt, ich muss sagen, also, es ist echt erstaunlich, wie cool das hier aussieht. Oh, ich mache auch diese Grafik. Das ist echt voll. Ja. Haben sich die Designer richtig was einfallen lassen, also... Ich lese den Anker. Was? Ich lese den Anker. Ja, gut. Dann setze ich mal das Segel. Ja, du hast das Steuerrad nicht... Was? Du hast das Steuergeraten nicht auf Zentral. Nein. Ja, ich gehe mal bitte nach unten. Ja, ha, 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 ha. So, habe ich die Bretter denn dabei? Was? Denk an die Bretter. Ja, ja. Und beeil dich. So. Schon fast zu. Noch irgendwo was offen? Nö, ich glaube. Boah, Marcel, ey, das ganze Ding hier kaputt gemacht. Nein. Ja, du drückst das Ruder ja auch auf Zentral stellen. Das ist blöde, ich wähle was aus und dann drücke ich immer. Aber gar nicht so. Ja, es ist hier anders. Ich gehe einfach nur die Maus drüber halten. Das ist nur noch passiert. Ja. Äh, nee, ich will nicht Platz nehmen. Hä? Raus mit dem Zeug. Ich glaube, das Wasser war eigentlich schon weg hier, oder? Na, noch nicht ganz. Oh, okay. Ah, so geht es auch. Oh, sag mal den. Äh, da kommt Wasser rein. Sauerei. Muss ich das wieder auch zumachen? Ja, tatsächlich. In der Tat. Aber noch irgendwo ein Leck. Siehst du was? Da nichts? Hier nichts? Nö, jetzt sucht er alles. Eigentlich nicht, ne? Alles dicht sein. Äh. So. Ich such. Raus damit. Jetzt ist es wirklich leer. Alles klar. Wir haben hier Skelette. Boah, wir Skelette. Na hier auch Insel. Ich habe es schon noch anhand gebracht. Hier finden wir bestimmt, Schatz. Das riech ich. Mhm. Bist du bereit? Ja, gleich, klar Moment. Ich will noch schnell eine Banane essen. Und noch eine. Ich glaube, damit komme ich klar. Okay. Also ab dafür. Yay. Oh, oh, oh. Ja, leck mich doch. So war das jetzt nicht gedacht. Alter, der muss noch selber machen. Ja, nee. Ich bin, ich bin gebrannt, mag sozusagen. Wenn du in der Nähe bist, dann kriege ich ewig auf. Und zwar von dir. Noch einer hinter dir. Sag mal. Du achtest es aber schon drauf, dass ich dich da stehe, wo du schießt, oder? Ja? Okay, wir haben hier Friendly Fire Off. Alles klar. Los geht's. Dann ist das okay. Dann mach weiter. Vergiss es nicht. Wow. Na komm. Wo ist er? Los. Komm. Geh doch kaputt. Lass den doch mal rauskommen. Man sieht ja gar nichts. Nein, endlich. Wow. Ja, ist der Kopfschädel. Und Geldbeutel. Tschüss, Schluss. Goldbeutel aufgehoben. Oh ja. Oh ja, das gab rund 800. Nee, mehr. 1200. Nice. Okay, was mach ich jetzt mit dem Schädel? Das Schiff bringen. Hm. Guck mal. Guck mal. Hier, guck mal. Ein Schlüssel. Schön. Ein Schlüssel ist auf Schiff bringen. Was tragen, können wir nicht noch mehr zusätzliche Sachen tragen? Bin ich ein bisschen blöd gemacht? Ja, das ist wiederum schon. Kann man sich über arrangieren. Ja, aber ich finde das hier eigentlich schon recht okay. Gutes kannst du, wenn du die Leitern hoch hast. Wie bitte? Gutes kannst du, wenn du die Leitern hoch hast. Ja, wenigstens etwas, sonst müssen wir ja alles hier lassen. So, hat sich hier auf den Boden hingelegt. Und wenn wir jetzt weiter hier geguckt. So, viel Zuschauer. Ich will den Schädel aber behalten. Ich will den nicht weglegen. Der ist doch weg. Ist doch doof. Mal gucken, was hier am Ziffel ist. Kann man machen. So, ich glaube, das war der Schatz. Weißt du? Ich meine, in der Hinsicht haben wir ja noch keine wirkliche Erfahrung. Was ist hier ein Schatz und was nicht? Ich meine, wenn wir was ausgraben müssen, dann müsste es eigentlich ein Schatz sein. Also später ist es dann. Ja, das haben wir mit Schatzkarten. Aber die haben wir halt noch nicht. So ist es. Aber warte mal, wir können auch Schätze vergraben. Also, wenn wir etwas vergraben, dann wird es zu einem Schatz. So ist es. Richtig, das ist nochmal was für andere. Wie, was für andere? Das ist für andere Spieler. Ja, wir können es auch selber wiederfinden. Habe ich ja vorhin vorgelesen, ne? Wir sollen auch die Karte aufpassen. Ja, ich würde sagen, dann bringen wir das jetzt, was wir jetzt haben. Ja, ab dafür. Ab dafür. Oh, da hätten wir es ein Schiff. Weil. Was? Wo ist ein Schiff? Da hätten. Da fährt ein. Oh ja, tatsächlich. Müssten wir auch passen. Ja. Also da hatte ich schon mal meine Knarre nach. Ich glaube, der will auch zum Außenposten. Rüstung könnte, äh, die Rüstung, die Richtung könnte hinkommen. Ja, kann er ja, auf der Insel sind wir safe, soweit ich jetzt weiß. Oh, der hat auf jeden Fall einen guten Schatz dabei. Oh, nee, das ist keine gute Idee. Wer hat ein Schatz dabei? Äh, äh, das hat auf jeden Fall so ein Zeichen mit dran, dass man ihn erkennt. So, ich habe mal links, stark links, warte mal, Moment, äh, Steuerbord und das Backbord, glaube ich. Ja, hart Backbord eingeschlagen. Ja. Müsste passen. Ja, wir müssen auf jeden Fall nach Südosten. Na, das können wir ja gleich machen. Erstmal. Müssen wir uns hier überhaupt irgendwie bewegen. Na, löst hier jetzt den Anker? Sehr aufdringlich, sehr aufdringlich. Weil ich will nur mit ein bisschen Segel losfahren, damit wir hier vielleicht auch rumkommen. Ja, das funktioniert. Ich möchte ja nicht schon wieder an der Insel krachen gehen hier, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann lenke er. Ich gucke auf die Karte. Du müsstest fahren, äh, Südost. Ja, ich will. Okay. Wir können natürlich auch die Karte ein bisschen genauer uns angucken. Ja. Ein bisschen südlicher. Ja, gut, geradeaus, geradeaus. Ah, Moment mal. Ich sehe hier gerade so einen komischen Banner. Mit was Rotem drauf. Also eine Eiererische Schiff. Ah, jetzt, ja, 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 jetzt erkenne ich es auch. Stimmt, das soll ein Schiff sein. Ja, die siehst du eigentlich nur, wenn die was Wichtiges auf dem Schiff zu beladen haben. Das mag sein, aber wir legen uns mit denen jetzt nicht an. Ja, auch klar, kein Fall. Hm, na. Na. Das Ding ist, wenn wir noch mal in den komischen Heulkisten oder sowas finden, das habe ich schon mal, wirst du gesehen von anderen auf der Karte. Wie bitte noch mal? Es gibt noch mal besondere Kisten hier. Ja. Ich glaube, meistens bei versunkenen Schiffen, soweit ich weiß. So, was ich mit Gericht habe. Und wenn du die auf dem Schiff hast, ist ein Schiff für andere sichtbar. Ja, unter Umständen sind wir auch sichtbar. Du weißt aber schon, dass du entweder auf die Insel gerade zufährst? Nein. Was ist mir das nicht zu sagen? Meistens sehe ich nicht hier, wie ein Segel. Ja, das ist es ja. Plummende Außenposten. Also wir sind schon richtig. Wir sind richtig. Ja, ich ziehe mal das Segel ein bisschen hoch hier. Wir wollen ja nicht krachen gehen, ne? Jo, jo. Hm. Ah, Mist, eins habe ich vorhin vergessen. Mit dem Pulverfass, was bei dir explizitiert ist. Ob man hier auch die Leiter hochkommt, ich meine normal eigentlich nicht. Aber möglich wäre es ja. Ja, damit ja. Kommst du auch die Leiter hier mit hoch? Noch ein bisschen hoch. Ja. Anker. Schön sanft. Anker. Anker. Ö. Ist geankert. Dann fahr doch nicht auf das Ding zu. Also nicht so doll. Schön sanft da ran. Die werden richtig gut da ran gelandet. Ja, aber doch nicht so. Hat funktioniert. Ich hatte ja schon mal getestet. Mhm. Höchst klar. So. Das wird mir mal stehen. Achten. Boah. Das ist wieder nur ein Dumpfug im Kopf. Nix. Ja, ich darf mal machen, Alter. Ja. Los jetzt. Dem ist man heißen Schlüssel. Komm. So, gucken wir mal auf meinen Händler Finn, wo wir das Zeug loswerden. Äh, den Kopf gehst du hier unten am Zelt. Ja, beim Gold-Dings-Boombs. Genau. Wo. Ich gucke noch die Schlüssel, die auch loswerden. Kann hier nicht abgegeben werden. Bringt dies zu Larina. Okay. Genau hier in der Richtung. Na dann. Da schießt sich wieder der Kreis. Hey, Hübsche. Hahaha. Hallo, ich bin Harry, der sagt, achso, mach du erst mal. Hübsche, ich hab den Schlüssel zu deinem Herzen. Und die geht. Oh. Das tat jetzt weh. Oh, nee. Das Bewusstsein sinkt. Kannst du mal sehen. So läuft das. So läuft das. Wir haben diese komische Münzen bekommen. Diese blauen. Habe ich gesehen. So. Ist bei dir noch was vorzulesen? Nein. Nicht. Alles klar. Wollen erst mal. Hallo, ich bin Harry, der Sammler. Im Gegensatz zu meinen geizigen Kollegen bringe ich so viel Gold unter die Leute wie möglich. Okay. Ich will aber, ich will aber keine Seefahrt kaufen. Ich will das Ding hier loswerden. Äh. Verdammt. Also bringen anderen Händler. Ich muss da rangehen an ihn. Also nicht drücken. Wenn du mit der Maus dran bist, zeig dir unten grau an, ob du was bei ihm verkaufen kannst. Achso. Nein. Entsteht aber, wo du es verkaufen kannst. Wo hast du einmal eher veranstalten? Achso, nein, nein, sei doch mal ruhig jetzt. Ähm, Garcia Kopfschädel, äh, Kopf, Geld, Schädel, kann hier nicht abgegeben werden. Bringe dies zu einem Pavillon des Seelenordens. Das ist okay. Seelenordnen, alles klar. Ja, das meine ich. Ja, dann brauchen wir erstmal einen Seelenorden. Wollen wir einen Seelenorden? Hier vielleicht. Äh, ne? Auch falsch? Aber nicht, das ist hier auch nicht. Ich war hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Ja, ich denke, das Ding loswerden, es ist passiert, gleich, ah, was? Bei dem da, nee, wer da hier. Ähm, ja, verkaufen ist so eine geile Idee. 17.000 habe ich. Wie viel hast du? 17.000. Ich habe nur 4.000. Ja, ich habe ja, Brody, ja. Ich habe ja schon umgetestet, auf das was für uns ist. Ja, habe ich doch gesagt, sollst du ja nicht so viel machen. Ich nicht. Also wohl. Nein, ich hätte nur eine besondere Tour, die mir echt viel Kohle gegeben hat. Ja. Und dann habe ich noch ein paar kleinere getestet. So, so. Das war aber schon zu viel. Okay, super. Hervorragend. Dann haben wir unseren ersten Schatz verkauft, das heißt, die ersten zwei. Und dann, was? Na, auch in die Knoll. Ja, genau. Dann würde ich sagen, also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, bis zur nächsten Folge. Prost.